Ich habe heute Nacht einen Traum gehabt, von einem Zug, ein unendlich langer Zug, ganz langsam fährt er los und unzählige Menschen springen auf, laufe ihm hinterher, springen auf, schreien begeistert, ein paar winken mir zu, ich soll doch auch aufspringen, du warst auch dabei Mutter! Ich will nicht in diesen Zug einsteigen! Dann hat mir auf einmal eine Stimme gesagt, dieser Zug fährt in die Hölle! Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.